Klimawandel, Affenhitze, scheißegal, wir reißen Witze, der unglaubliche Kai Schuster! Jetzt kommt der absolute Kracher. Kommt ein Mann zum Arzt, ne? So, am Tag nach der Wahl, ne? Reicht dem Arzt so ein kleines Zettelchen, wo draufsteht, ich hab meine Stimme verloren. Sagt der Arzt, hast wohl der FDP gegeben? Damit dies ein schlechter Scherz bleibt, am 13. Mai Zweitstimme Grün. Die richtige Wahl für mehr Bildung, Energiewende und Transparenz. Untertitelung des ZDF, 2020